Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Sea of Flames. Hallo. Willkommen zurück. Hallo. Hallo. Ich mach jetzt neue Baumfläche. Wir haben nur noch 41 ERD. Das hängt jetzt hier erstmal ein bisschen über. Ernsthaft? Ja. Ernsthaft? Ja. Erstmal töten. Jetzt. Ne, 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 mein Freund. Erstmal töten. Jetzt hab ich kein Nervendraht. Kein Verständnis mehr. Kein Nervendraht mehr für mich. Kein Nervendraht. Ja, in der letzten Folge waren wir schön da drüben. Das ist jetzt echt schlau, dass ich mich nicht aufnehme, weil... Ja, ich baue hier so ein bisschen, ne? Ja, du hast da einfach gebaut und wir haben drüben die übelste Action abgezogen. Ja. Das war echt... Also funktioniert super. Meisterleistung. Ja, das war gut, war gut, war gut. Aber das Problem ist... Deine Rüstung ist gerade kaputt gegangen, kann das sein. Können wir alle mal schlafen, weil dann wachsen die Bäume, glaube ich, schneller. Leute, schlafen. Nein, lass uns doch mal... Ich... Schlafen. Schlafen. Fübs plus Bronze, du. Ah, okay. Du kannst jetzt nicht resten, da sind Monster, Nilby. Töten. Fick dich, du scheiß Skelett, verpiss dich. Loll. Okay, tot. Oh, ich leg dir mal weg, ich will. Nur wegen unseren Kraftausdrücken musst du hier ab 18 machen, irgendwann. Ja. Gleich alles zensieren, bitte. Ich weiß gar nicht, wie man YouTube-Videos ab 18 einstellt. Kannst du machen, wenn du es hoffn willst. Echt? Komm, man. Wow, ich mache kürzer YouTube als du. Ich bin da so auf Massenproduktion ausgelegt, weißt du? Ja, ja, ich merke das schon. Einfach nur raushauen und scheißegal hier. Monetarisierung. Was ist denn ein anderer Eisen? Eisen, Eisen, Eisen. An, äh, Eisen war da drüben irgendwo, ne? Eisen, Meisen. Ja, ich glaub auch. Aber hier baut unser Farmer jetzt hier mal irgendwie was zu essen an. Ich hab Hunger. Ja, wir brauchen ja Eisen. Eisen, hallo? Wofür? Mast? Eimer und Wasser. Voll gut. Erstmal beleidigen. Wait, wait for me, wait for me. Heißt das nicht wait off me? Nein, das heißt wait on me. Wait on me. Müssen wir hier rein? Wait it on me. Nein, wir müssen auch nur so eine Gravelbrücke. Gravelbrücke? Ja, Gravelbrücke. Wait on me. Oder müssen wir hier rein? Wait it on me. Oh, ich kann mir auch ein Fenster bauen. Nee. Mach das. Kann ich, ja. Alter, warum bist du so schnell? Ich hab schon keinen Hunger mehr. Enderman. Enderman. Düm, 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 düm. Okay. Leute, jetzt sind wir aus dem Tor, bis der nächste. Alter, der zieht mir die Hälfte meines Lebens ab. Ja, hat er gut hinbekommen. Nice job, Enderman. Nice job. Wo ist das fucking Teil? Hey, ich mag Waffeln. Und du? Ich mag Heißcreme. Also ich mag Waffeln. Wie bist du jetzt auf Waffeln gekommen? Vielleicht weil ich vorhin Waffeln geschrieben habe. Du hast Waffel geschrieben und... Ah, ja. Ich mag Waffeln. Ich mag Eiscreme. Und Zwiebeln. Immer Zwiebeln. Ich mag Zwiebeln verstanden. Ich mag Agafeln. Und... Und Zwiebeln. Unzwiebeln. Zwiebeln. Immer. war zu... Du, Alter! Ja! Adrian! Dieses Skelett will mich verarschen! Adrian! Komm nicht mal dieses Scheiß... Ja? Was ist? Wo hast du fallen? Wo bist du? Wo warst du eben? Da, wo wir hin müssten. Aber da war so ein Scheiß-Skelett, was ich meinte töten zu müssen. In die Redstone-Höhle, oder was? Ja, da müssen wir noch hin, oder nicht? Ich glaub nicht, dass da Eisen ist, oder? Ja, dann geh mal halt in einen anderen Dungeon. Geh mal in einen anderen Dungeon. Bye! Äh, ja, ich bin jetzt hier am ersten... Äh... Weiß nicht mehr, wo... Don't blow it! Ich glaube, das sind Creeperle. Jo, das könnte sein. Wo war denn noch mal das Eisen? So... Oh, geil, da wachsen Bäume! Hojo! Hojo! Oh mein Gott! Worin ist da? Oh! Hier ist Zuckerrohr. Wo bist denn du? In der Redstone-Höhle. Hey, Atron! Zuckerrohr! Was machst du in der Redstone-Höhle? Da müssen wir nicht hin. Ja, aber da ist Zuckerrohr. Ich könnte auch deine Wohnung jetzt bauen. Deine Traumwohnung! Nein, danke ich... Das ist Zuckerrohr. Oh, hier ist ein Riesenbaum! Wo? Der Lex... Ich will doch dir einen. Ne, lass ich stecke. Okay. Okay. Was haben wir hier? Das Kürbisse... Area Oblifthive Slices... Keine Ahnung. Krumpkin. Tatsächlich. Rumpkin. 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 Rump...kin. Schrumpkin. Rumpkin. 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 Sergeant Rumpelschrumpel. Hahaha. Du bist Zoros, ey. Pass auf, Frieden. Henrichs, hast du überhaupt eine Klage von... Open Broadcaster? Von... 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 Ne, von Gronkh.de am Holz. Das kann sein. Alter! Schon wieder? Glaub... Ich glaube, ich weiß, wo wir lang müssen. Was baust du hier alles um? Warum nur noch eine Eingangstür? Ja! Was baust du hier alles um? Platz muss Platz. Weißt du? Weißt du, wo wir lang müssen. Hallo. Ja, und ich kümmere mich gerade um ein... Skilett, was wir gerade auf den... Weißt du? Wenn man nur eine Eingangstür hat, da muss man sich halt mal ein bisschen... Abspecken. Wir haben ja eh nichts zu essen, also dürfte das kein Problem werden. Windows schon sind drin. Nein. Das dürfte doch kein Problem werden. Ich meine, wir haben nichts zu essen hier und da nimmt man doch ab. Alter. Ernsthaft jetzt? Ich häng in so einem schönen Spinnennetz. Siehste? Das würde ja auch nicht passieren, wenn du mal ein paar Kilo abspeckst. Schön. Ich bin einfach wieder freundlich, freundlich wie eh und je. Schön. Hier ist das Kohleding. War hier nicht auch in der Nähe das Eisending? Ich bin gerade wieder in der Redstone-Höhle mit diesem riesen Baum und Feld und... Da bin ich nicht. Ich schon. Lol. Hello Monsieur Zombie. Alter, will ich alles bis hier hören, ne? Da bin ich nicht. Ich kann alles hören. Also ich denke mal... Ja, das war auch unter unserem Haus eben nach. Hallo. Boah, wo war denn die Eisenhöhle? Adrian, wie groß willst du denn deine Höhle? Bitte lass... Oh, keine Höhle. Ja, 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 ja. Ich meine so deine... Dungeon 9. Deine Chill-Out-Sohn, Alter. Das ist schon die letzte Folge heute, ne? Wie? Die letzte Aufnahme? Ja. Du hast gesagt durch drei, oder? Ja, ja. Oh, I'm in this is this area with this cactus and big tree. Big tree. Ja, da war ich auch. Big tree. Da war auch Ziparo. I think we must go downstairs, the big tree. Ne, da war ich noch. Ganz unten? Sicher? Warst du schon mal so oben? Ja. Wir müssen dann, wenn Nacht ist, nochmal schlafen, weil sonst haben wir hier keine Spawns und so. Doch, ich schon. Weil ich glaub, dass hier irgendwo was ist. Ja, das denk ich auch, aber... Hab ich so... ...Gefühlskes. Hab ich was gefunden denn? Ja, aber das muss hier irgendwo was sein, weil hier sind ja überall Monsters. Und wo Monsters ist, da ist auch... Blut. Ne? You know? Ah. What I mean? Yes. I think I will beat me up. Fucker. So. Alter, hier wird alles radikal umgebaut, Junge. Radikal. Radikal. Radikale Umgestaltung des Kellers. Ich hoffe mal, das funktioniert alles so. Ich hätte jetzt mal auf den Obsidian-Türmen brauchen. Mal gucken, was da so schön ist. Obsidian-Türmen, sagt er. Ja, ja. Au. Wow. Und da drauf liegt es... Nichts. 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 Das ist ja cool. Oh, nur noch eine Tür. Das ist echt... Das hat sich gelohnt, muss ich echt sagen. Also für nichts darauf gehen. Wow, ich habe ein Bett. Du auch. Und der böse Phipps hat schon einen Braustand. Ja, den müssen wir dann noch craften. Oh, schlechter Verteiler. Alter, wir müssen was dann craften. Alter, warte mal. Wir haben doch Lohnrouten oder Lohnstaub. Was war das? Nein, 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 nein. Verbraucht die doch nicht. Die brauchen wir auch zum Tränkebrauen. Ach Quatsch, wir brauchen schon Tränke. Tränke sind nur bewertet. Wir haben genug Tränke, Alter. Hier findet man 5 Millionen Tausend. 5 Millionen Tausend. Ist ne Zahl, ja. 10 oder so. Meck Alles TV. Mhm. Meck Fitty. Meck Fitty. Meck Fitty, Alter. Meck Fitty, was ist mit dir los? Nee, ich sag Meck Fitty. Die haben den Börger. Ja. Die haben den Börger. Den Meck Fitty, Alter. Meck Fitty, Alter. Meck Fitty, der ist auch so alt. Der ist nicht alt, Junge. Was ist mit dir los? Der ist 30 oder so. Alter, was ist mit dir los, bitte? Alter, wo ist der Timbermord? Ich will den Timbermord. Bitch. Ja, wo ist der Timbermord? Ja. Der Timbermord ist auf meiner Diamond Axe, die 500.000 mal verzaubert wurde. Da ist der drauf. Ich find das Allending nicht mehr. Ich glaub ich muss mich was spoilern lassen für das Allending. Spoilern? Dann lass du dich spoilern. So, lasset ihn spoilern. Lasset ihn spoilern, wenn er es wünsche. So ungefähr. In dem Sinne. Ja. Soll ich mich jetzt noch spoilern, Ryan in der nächsten Folge? Ja, spoilern dich in der nächsten Folge. I don't know. Spoiler sind nur außerhalb von Let's Plays erlaubt. Nein. Ach, well. Es gibt Schläge von ihm. Dann gibt's Schläge von mir. Ah. Würchte meine Schläge. Alter, weißt du was? Das sieht geil aus hier unten. Ohne Witz. Mit Witz? Ohne Witz. Ohne Witz. Mit Witz sieht's scheiße aus. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz sieht's besser aus. Was? Was? Ich bin doch kein Bücherfreund, jetzt muss ich wenigstens was nehmen. Was? Du willst keine Bücher? Nein. Aber das hat sich so abgeglichen mit der Dings hier. Mein Handy will was von mir. Also soll ich's umbauen, oder geht das so? Ja, lass uns stecken. Wie lange haben wir denn schon? Wir haben jetzt 10 Minuten. 10 Minuten? Ja. Im Massi Citadel soll das sein. Alter, endlich haben wir hier unten kein Dirt mehr in der Bude. Alter. Ich bin glücklich. Glücklich? Bist du happy? Wir haben kein Dirt. Ja. Dirt. Dirt. Wer in der Bude, Alter? What the fuck? Die Bude sieht geil aus. Philipp, komm her. Schau sie dir an. Ich bin grad weg gegangen. Ist mir scheißegal. Alter, ich mach immer noch mit rechts. Versuch doch diesen Minecraft auszusteigen. Ja, das ist normal. Toll, der Baum ist über das Haus gewachsen. Geil. Das ist so, 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 so unnormal. Nein. Alter, was habt ihr hier unten alles mal liegen lassen? Seite des Wahnsinns. Wir halten keinen Platz mehr im Inventar. Ja, genau. Ja, dann müsst ihr halt nochmal runter gehen und nochmal Nachschub holen. Ja, nee. Ja, doch. Das zieht man nicht ein. Ich hab noch nen Dungeon gefunden und noch nen Dungeon. Und heilige verkackte Scheiße. Hast du den Dungeon gefunden, wo die ganzen Tower drin sind? Da waren wir für dran. Äh, ja. Da fahr ich zumindest gerade durch. Achso, ja, da waren wir schon. Und dann kommt sie zu so nem Schwein, wo ein Portal... Achso, hast du das Nether Portal aktiviert? Nein. Achso, nee, das sind wir noch nicht. Jetzt noch nickt. Oh man, oh man. Ich fahr wieder zurück. Ja, da sollte sowieso in der Mitte des Dingens ne Maschine wechseln. Ja. Ja. Ist das korrekt? Das Haus fertig, ne? Also nicht fertig, aber die Grundrisse stehen. Das Haus ist nicht fertig. Was du für Arsch, Amy? Guckst du an. Wart ihr schon in Dungeon Nummer 11? Die Rotten Capes? Nein. Wenn du Mosse Citadel findest. Oh, unser Haus brennt. Was? Ja, da hat grad der Blaze drauf geschossen. Mach nen Tod, Alter. End, 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 end. Der ist Eisen. Oh. Da sterb ich erst mal drauf, Alter. Wo waren wir? Sag doch mal die Richtung. Ähm, unten, wenn du bei uns langfährst. Da, wo du die Wollblöcke hin platzeln musst. Ja. Da sterb ich erst mal drauf. Ja, da sterb du erst mal drauf. Ich bring was mit. Das reicht nicht. Da muss ne große Ladung ran. Wo, wo, wo gibt's denn jetzt mein Card? Ganz oben. Ich hab noch zwei Braustände gemacht. Alter, das Skelett, ne? Alter. Seriously. Fick. Fick. Fick, Fick, Scheiße. Fick, Fick, Fickity, Fick. So, jetzt sind wir dran. Fickity, Fick, 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 Fick. Genau. Fuck you. Wie bitte. Njjaaaaau. Njjaaaaaau. Njjaaaaaaau. Ist ja auch gar nicht vulgärdas Let's Play oder so. So. Ähm, und dann? Ich bin jetzt da. Ja, Moment, ich bin auch gleich da. Wir spitten. Alter, wir haben jetzt alle drei einen Braustand sogar in unserem Ruhm. Wait for me, wait for me, wait for me. Wer are you? Hier must we go. Achso, da wo ich mich durchgeboxt hab. Du bist echt schlau. Ich bin echt schlau. Das war ironisch. Das sag ich auch immer. Nach links oder nach rechts? Geradeaus. Ach da. Ach da! Das kommt mir bekannt vor. Alter, der hat nen Zombie in nen... Eisenblock. Geil. Eisenblock. Der hat auf mich bei Eisenblock eingeprügelt. Kannst du dir das vorstelle? Wahnsinn. Immer diese brutalen Zombies. Ja, die sind voll brutal. Und immer nur zu mir. Immer diese brutalen Zombies von heute. Jetzt hab ich keine Pfeile mehr. Von heute. Jetzt Zombies von heute, also wirklich. Von heute, wenn ich bin darf. Viel Eisen ist hier aber auch nicht, ne? Bitte? Viel Eisen ist hier aber auch nicht. Ja, aber es reicht doch. Nö. Ich will mehr. Bist du irgendwie blind? Er will immer mehr. Das geht mir immer wieder so. Schalt's da oben. Ist mir locker easy? Klar. Nee, der locker easy Spruch ist nicht mehr lustig seit letzter Folge. Mann, 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 Mann. Bitte. Hi. Hallo. Wo ist das scheiß Skelette, Alter? Da krieg ich zu viel. Kriegst du zu viel? Das mach ich kaputt. Ich bin tot. Boots. Oder? Schaff ich das? Voll auf die Nase. Boots. Und ich bin ebenfalls tot. Können wir langsam mal die Game-Rule ausstellen? Nein. Game-Rule. Dass man sterben kann? Ja. Machen wir es uns noch einfacher. Gehen wir direkt in Game-Rule rein. Nein. Doch. Locker easy. Locker. Locker easy. Ich kann das nicht aussprechen. Locker easy. Locker easy. Locker. Das ist der einzige Akzent, den ich wirklich mal kann. Ich hätte gerne so einen russischen Akzent. Weißt du, so. Russischen. Keine Ahnung. Russisch halt. Russischen. Kennst du, wie diese Russen immer reden auf Deutsch? Die reden immer. Ja, schlag mich erst mal. Keine Ahnung. Ey, der hat eine Schaufel. Der hat eine Schaufel, Mann. Der hat eine Schaufel, Alter. Der hat eine Schaufel. Ernsthaft, jetzt. Hier ist noch ein Mini-Zombie. Ernsthaft, jetzt. Ernsthaft, jetzt. Boot mir. Fick. Alter. Von einem kleinen, verkackten Mini-Zombie. Immer diese Kraftausdrücke. Habe ich mich gerade erschrocken, Mann. Ich hatte auch gedacht, jetzt schreit er bestimmt gleich über jetzt rum hier. Geht ihr jetzt ab? Wie lange hast du denn, Brody? 16, 16, 17, 17 Minuten. Jetzt schlafen wir noch mal alle und dann geht's los. Ja, wir sind ja gerade unten im Dungeon. Und dann geht's los. Sie sterbt halt. Ist doch eure Liebsten. Ja, kriegen wir da wahrscheinlich sowieso. Ich render, render jetzt durch, Leute. Wir will wenigstens noch gucken, was jetzt hier so schön ist. Oh, ne Höhle. Oh, ne Höhle. Kommt keiner hin. Hier bin ich friedlich. Äh, Creeper. Oh, das bist du. Hier bin ich Mensch. Hier darf ich sein. So. Wennst du jetzt durch? Oh, naja. Ich hab es gerade versucht, aber ich bin jetzt gestorben. Schlafen. Jetzt. Geht grad nicht. Ich fände grad auch noch durch. Um zu gucken. Au. Ein Halbherzen. Au. Ein Halbherzen. Und tot. Okay. Jo, dann los. Lass enden gehen. Uuuu. Gut, ne. So. Läuft so. Läuft bei dir. Oh Gott. Vier Facebook-Benachrichtigungen. Zwei Freundschaftsanfragen. Und zwei... Meldungen. Da bist du einmal nicht... Nicht... nicht erreichbar. Und schon... Krass... kras... Krassomatik, Alter. Schon geht das ab. Ey. Wer sind die zwei Freundschaftsanfragen? Ich. Ich? Ich hätte dich kurz gelöscht. Bleibt ihr überhaupt im Bett? Deswegen... Nein. Warte kurz. Ich muss noch das Dach vorher hinten. Hier regnet sonst rein. So. Ey, das Dach ist fertig, ne? Ohne Witz. Who the fuck is this? Was? Äh... Kenn ich dich. Deswegen frag ich, ja. Yes. Wir haben ja nur Schule, aber ich kenn sie nicht. Ah. Bauer die, klasse. Okay. Äh... Ja. Nein. Ist okay. Okay. Dach. Das Dach ist dicht. Ich hab die Kojen gebaut. Ja, dann leg dich pennen in deine scheiß Kohle. Ich... Geh jetzt pennen. Hups. Ja. Bitte nicht pervers werden. Komm raus da. Ich wollt ihr töten, Mann. Töten. Bett. Ganz ehrlich? Was? Ich weiß, was du vor die Tür geschrien hast. Ich weiß es einfach. Was hab ich dir da hier geschrien? Hahaha. Alter. Ich wollt dich verwirren. Was denn? 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 Nix. Gar nix. Der stellt ausnahmsweise wirklich nichts. Jetzt hört bitte auf. Ich muss das hier wieder reinschreiben. Das muss alles an der Ordentlichkeit haben. Ja. Okay. Ich glaube, das bleibt noch nicht mehr was. Kannst du weiter... MASSMASSAKER! Scheiße. Ganz ehrlich. Leute. Alter. Alter! Ich kann doch nicht was machen. Ich kann doch nicht was machen. Alter! Man. Du hast den Stock abgebaut. Hahaha. Leute. Das eskaliert jetzt. Schlimm. Es ist okay. Nein! Warum stirbst du nicht? Es ist okay, Alter. Es ist eskaliert, Leute. Es eskaliert. Warum brenne ich nicht? Warum brenne ich nicht? Ja, das soll ich mir auch reinkommen. Ich habe gerade gefragt. Willst du mich eigentlich? Server lag! Alter, das ist voll der Server lag, ey. So! Spawn Kills! Was? Was? So, komm her! Alter! Hallo! 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 Alter! Wie er schon hinter der Tür hockt. Hallo! Wer es dann immer rauskommt, wie draußen langweilig. Was macht dir Eisen vor der Tür? Nein! Nein! Der Eisen hingemacht, Alter. Komm her! Alter! Oh! Könnt ich... Krieg ich Plug, Alter. Krieg ich Plug. Nein! Geh ich hoch. Nein! Nein! Das war eh mein letzter Fall, Alter. So, also ich bin hier sicher verparifiziert. Wo bist du hin? Ah! Wo es hier durchkommt, dauert das eine Weile. Ich kann nicht respawn. Was da... Ich kann nicht auf respawn drücken. Mein Minecraft ist abgeschriert. Scheiße. Okay, jetzt ist gut. Reicht. So, reichen. Du hast dein Bett abgebaut, du Vollidiot. Er hat mein Bett abgebaut? Nein, seins. Du weißt es, wegen Spawn-Jobbler hier draußen. Na, lass jetzt einfach wieder hin und dann... Ist gut jetzt. So, jetzt ist Ruhe hier. Jetzt müssen wir mal ein Büffi dann hinstellen. Ah, fahr ich dann nicht pennen gehen. Egal. Ja! Oh Mann! Alter! Würde ich jetzt wie in 4... 4... 3 Granaten haben, ey. Ich würd dir die so in die Fresse ballern! Alter! Ich würd dir die so in die Fresse ballern! Okay, egal. Weil es ein Flammenschwert hat, ne? Fühlte sich echt cool! Cool! Ja? Soll ich es ihm doch wieder annehmen? Ja! Ich kann dich entehren. Verklangt, ne? So quer! Aua! Wer feiert hat mich noch getroffen? Ja! 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 Es eskaliert! Nimmst du eigentlich immer noch auf? Ja! Warte! 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 Mach mal aus hier! Okay! Es ist vorbei, Leute! Bis dahin! Guckt euch das schöne Haus an! Tschüss! 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 Tschüss!